Das Netzwerk ist die Lebensader jedes modernen Unternehmens. Stockt der Datenfluss, verursacht das sehr schnell immense Kosten. Software-Defined Networking, kurz SDN, ist die Technologie für Ihr flexibles Unternehmensnetzwerk. Mit SDN steuern Sie Ihr Netzwerk entkoppelt von der Hardware, schnell und intuitiv über ein virtuelles Dashboard. Ihre Netzwerkinfrastruktur ist flexibel skalierbar. Wächst Ihr Unternehmen, wächst das Netzwerk mit. SDN ist gegenüber klassischen Netzwerkarchitekturen agiler und ressourceneffizienter. Anpassungen des Datenvolumens oder Konfiguration neuer und bestehender Netzwerke. Vom Dashboard aus problemlos mit wenigen Klicks. Time-to-Market wird dadurch deutlich verkürzt und Risiken gesenkt. Ein Beispiel. Ein Schweizer Unternehmen eröffnet einen neuen Standort in Zermatt. Das Netzwerk soll unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Die Daten in den oberen Stockwerken sind sehr vertraulich. Daher sind die Sicherheitsanforderungen hoch. In den unteren Ebenen sind die Daten weniger sensibel. Zudem benötigt das Unternehmen ein Besucher-WLAN. Diese Einstellungen werden vom Netzwerkspezialisten ortsunabhängig vordefiniert und im Dashboard hinterlegt. Am neuen Standort wird der Router von den Mitarbeitern angeschlossen und die Einstellungen werden automatisch angezogen. Der Netzwerkspezialist überblickt alle Netzwerkeigenschaften im Dashboard und kann diese zentral und in Echtzeit steuern. Das ist möglich, weil Hard und Software voneinander getrennt sind. Managen auch Sie Ihre Netzwerkservices clever und effizient. Mit Swisscom und Software-Defined Networking zum Netz der Zukunft. Das ist möglich, weil Hard und Software-Defined Networking zum Netzwerken sind.